Back bei Nummer 11. Hi, na? Edenstreak? Nummer 11? Ahahaha. Wir haben drei Herzen, das ist schon mal sehr gut. Und wir starten auf XL. Hm, angenehm. Na ja gut, na ja gut, na ja gut. Äh, Soulheart. Nein. Soulheart. Soulheart. Das machen wir sogar direkt. Ich, da will ich sicher gehen tatsächlich. Und noch mehr Soulhearts. Okay, ich bin happy. So, erster Item Room. Was hast du zu bieten? Camo Andy. Hm. Ah. Sehr angenehm. Das ist ein Shop mit PHD. Oh ja. Oh ja, das hätte ich gerne. PHD ist fantastisch. Das sind aber, da fehlt eine Münze. There we go, PHD mit einer Pille. Und I can see forever. Hm, lecker. Ja gut, äh, Run Nummer 11. Das ist die sagenumwobene Nummer, die mich letztes Mal gekillt hat. Heißt, mal gucken, wie es diesmal läuft. Den hätte ich echt gerne. Schade. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Und da ist schon der Boss. Ui, puh. Kurzer Weg. Boah, mega viel luck ab. Let's hear that. Oh, der sagt jetzt mal nichts. Schade. Hm. Tragisch. Hello, na? Bob's Rottenhead. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also, Babafly tut mir leid, aber... Das ist ein bisschen besser. Das ist praktischer. Und das ist Ragman. Hm, unangenehm. Weißt du was? There we go. Und weißt du was? Wir holen Babafly zurück. Hello, Gurglings. Na? Warum habe ich kein Dings? Ich habe nichts in... Ich habe in keine Richtung gedrückt. Camouflage hat mich gestamped. Der Camouflage hat mich gescampt. Nicht Camouflage, Alter. Camouflage wäre ja auch nicht schlecht. Das hört sich fun an. Wenn ich jetzt modden könnte, dann würde ich das fast machen. Aber nur fast. There we go. Äh, wir gehen tatsächlich so mal in den Devil da reingucken. Mal gucken, was hier abgeht, ne? Oh, mhm, mhm. Mh, mhm. Das sind drei Items, die ich echt gerne hätte. Also der Sokobus, der ist halt definitiver Pick, weil ich brauche das Damage ab. Genau das hier. Sehr schön. Und ich brauche ihn hier. Und... Gabi's Ei? Sorry. Nee. Hier, ich will hin und noch eine Karte. Wow, du hast dich gerade selber gepayt. Das hast du fantastisch gemacht. Infested. Wow. Wow, wow, wow. So, Downpour 2. Mit einem Zaki-Zaki-Raum. Da wollen wir eigentlich noch nicht rein. Aua. Okay, jetzt können wir da reingehen. Nevermind. Ah, ich habe gedacht, ich fahr halt mal meinen Holy Mantel für den Fall der Fälle. Und... Boss. Mega-Pill erneut. Mega-Perks. Macht das gar keinen Schaden mehr? Half a heart. Nee, okay. Macht gar nichts. Schade. Aber zieh es ab. A ball out. Hello, blab, na? Oh, kriegst du keine Camo-Anus, wenn du in den Boss reingehst? Ja, ich habe ein bisschen fiese, miese Brise. Aber... Ah, scheiße. Hätte ich vielleicht doch mal warten sollen. Ich habe nicht so viel Leben. Egal, wir gehen trotzdem rein. Und das ist es. Schade. Ey, ho, scho... Ja. Das sind die ganze Zeit Pillen für mich. For free. Das nehme ich gerne. Weil, Teleport ist jetzt nicht so gut. Und der... Oh, mein Damage-Problem wurde gerade gelöst. Wow, mehr Leben. Ballert. So, dann gehen wir weiter. Und vielleicht kriegen wir ein halb gratis Zacki-Zacki-Raum. Aber nur halb. Ne, scheinbar nicht. Mach auf, Brudi. Komm. Trau dich. Dankeschön. Boss. Boss. I, B, S. Hell no. Hell no. Kein Geld der Welt. Wirklich keins. Äh, ihr Jungs seid zwar interessant, aber... Na, wohl... Na, wohl... Ich habe Vertrauen, dass du payst. Oh, gut. Elfte kriegst du von meinem Leben. Oh, Judgment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, einmal Temperance hierhin. Dann so. Bitte pay. Relativ zügig. Na, Reverse-Card schon wieder. Und Moms-Key, das muss ich mitnehmen. Das ist zu gut. Dann, was bist du? Wheel of Fortune. Nein. Nein. So, Nummer 1 hat... Oh mein Gott, es hat so viel Sachen. Das ist gut. Nein, hör auf, Dinge wegzunehmen. Ich brauche die Herzen noch. Mein Sohn, ich brauche die wirklich. Das ist zwar nett von dir gemeint, aber ich brauche die. Du wirst payen. Ich glaube dran. Sehr doll. Meine Güte. Tu mir das nicht an. Okay. Ich mache einen Boss. Kriege einen Health-Up raus. Heil mich nochmal. Und, äh, ja. Komme wieder. Hello. Okay. Ich kriege keinen Health-Up. Na, Moment. Jo, wieder Artur, ne? Wow. Hat er mich mit 3 Lack. Oh mein Gott. Und er kann mir auch... Er konnte einfach Leben droppen. Wie wär's? Bitte. Sei mal so gut. Ach, komm schon. Mann. Oh. Nein. Ficker. Ja. Habt ihr natürlich ein kleines Problem? Break, Bitch. Du hast mir schon so viel Geld gegeben. Geh kaputt. Du musst leer sein. Mach nicht diesen. Ich mach noch ein Herz. Nicht reagier ich nicht. Fuck you. Ah ah. Nö. Nö. Nee. Seh ich nicht ein. Na gut, ich hab's wirklich probiert. Dann gehen wir mal weiter, ne? Ah ja, Necropolis 1 dann halt. Meine Güte. Hallo Chubby. Na? So, weil ich eine Perkspill bekommen, kann ich mich nochmal sacrifassen. Perks? Ey, you can't make this up. You can't make this up, really. Holy shit. Bis später. Bis später. Wir kommen zurück. Definitiv. Okay, you can't make this fucking up, dude. Ich hab schon eine, danke. Das passt, aber ich leg's trotzdem mal zur anderen. Hello, okay, das ist gut. Wow. Fantastisch. Geld, das ich nicht brauche. Mmh, lecker. Hello. Mom's wig. Ja, I guess. Ist in Ordnung. Kann man machen, ne? Yes, mother. Redemption. Interesting. Interesting, interesting. Na gut, jetzt sollte ich einfach nur nicht gehittet werden beim Boss. Easy. Hello, war. Das ist ein Cube of Meat und der hat mich fast getroppt. Okay. Ahem. Winnst du dir? What is dead? I don't need that. Sind eh überbewertet, so. Ich hab's gesagt. Nein, sind sie nicht, aber ich will, ich will's einfach nicht zugeben. Ah, bitte. Geh weg von mir. Kleiner Ficker, du. Ach, Mann, oh. Ich nehm meinen Cube of Meat und geh. Na gut, na gut, na gut. Vielleicht hat der Secret Room oder irgendeine Karte oder irgendwas auf dieser Ebene. Hilft mir dabei, ein bisschen zu regnen. Und mir coole Items zu besorgen. Okay, danke. Danke für die Perksbälle. Ich halte es im Hinterkopf. So, Lord. Oh Gott. Nice. Okay, nice. Sehr schön, sehr schön. Ballert. Wow. Oh. Aha. Da ist er. Mit einer Mega-Chest. Oh. Oh. Bitte gib mir Items. Bitte. Oh mein Gott, es gibt mir Items. Hallo, Judgment, ne? Endlich. Bitte, sei gut. Ne, nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir sind nicht da. Ne, immer noch nicht. Wir können aber, wir können ja mal kurz gucken. Vielleicht finden wir ja auf die Schnelle. So, dann hätte ich gerne mal Ball of Birds wieder. Danke. Und bitte, explodier nicht. Ah. Ah. Passiert, passiert. Wir finden eine neue einfach. Ganz, ganz, ganz einfach. Wir finden einfach eine neue. Wir finden einen besseren Secret Room. Easy peasy, äh, Lemon Squeezy. Hallo Mama übrigens. Ich hab's nicht begrüßt. Es tut mir leid. Meine Standardbegrüßung der Bosse wurde diesmal ausgesetzt, weil ich so enttäuscht war. Ah. Aua. Äh. Komm, wir gehen mal wieder runter. Und wir gehen. Gekonter. Redemption. I don't think I will. I don't think so. Bye, bye. Gabby's Tail und Twisted Peer. Das ist doch nicht... Das ist viel zu gut, als dass ich ein Nein dazu sage. Weil jetzt hab ich Damage. Jetzt ist es genau da, wo ich sein wollte. Könnt ich eigentlich auch machen, ne? Ja, komm. Hier. Hat sich sogar gelohnt. Ich hab ja so eine schöne Perkspille hier. Die ich einmal einsetzen kann. Und einmal ein ganzes Feuer ausmachen, weil, ne? Sicher, sicher. Dann laufen wir mal ein bisschen gegen die Spikes. Oh, Angel Deal. Und der ist Ass. Naja, gut. Oh. Es ist Ass. Naja, gut. Ist in Ordnung, besser gesagt. Ist nicht Ass, aber es ist jetzt auch nicht radios. Soul Hearts. Oh, fuck. Okay. Okay, okay. Jetzt, jetzt. Now I'm scared. Now I'm scared. Yep. Mistakes were made. Fuck. Hehe. Ganz sicher nicht, Brudi. Boss. Hehe. Never punished. Ah. Never fucking punished, dude. Never. Oh, wow. Wow. Conjoint. Ballert. Richtig gut. Okay. We are chilling. Oh mein Gott. Das ist Cancer. We are so chilling. Holy fuck. Gleich ballert. Das ballert richtig. Mit viel Luck. Ah. Und Mr. Belly. Range up. Und tears up. Und health up. Und ne Emperor. Huah. Auf nech, naf, naf. Hallo. Na. Aua. Brudi. Chill mal. Aua. Bin ich mir mein ganzes Leben verlieren wegen dir. Geil. Mehr Range up. Das hab ich gebraucht. Anyways. Hallo. What the fuck. Drei Stück, Alter. Ja, ich hab ein bisschen übertrieben, ne? Findest du nicht auch? Äh. Und ein Helfer. Wie nett. Komm hier. Komm. Nimm. Nimm, Brudi. Danke. Hallo. Ach, ich war hier schon. Das ist ja erst. Da war ja was. Ne. Ne. Na gut. Na gut. Na gut. Wir haben hier einen Arcade. Wow. Mit. Hm. Follow Pearl. Mit. Schau mal an. Perks, Alter. Das ist die zehnte oder so schon. Keine Ahnung, Alter. Ist, ist, ist leicht auffällig. Eden, hast du vielleicht ein kleines Problem. Kann man dir helfen? Du brauchst dich nicht schämen dafür. Jeder macht mal so eine Phase durch. Das ist ganz normal. Aber das Wichtige ist, dass du ihr helfen lässt. Hallo. It lives. Na. Wie geht's denn dir heute so? Ich mit meinen 33 Range. Holy shit. Ich bräuchte jetzt Tiny Planet. Oder C-Section. Wie wär's? Aua. Da war er zu greedy. Leider kein Devil Delos. Naja gut. Dann halt nicht nur. Dann müssen wir mal wohl oder übel weiter. Und Curse of the Blind. Na gut. Wenigstens hier als später hoffentlich. Hello Satan. 21, 22, 23, 24. Mal wieder ein bisschen zu spät. Aber hey. Egal. It worked out anyways. Jo, jetzt noch die Füßle. Und there he goes. Meine Güte, du. Come Darkworm. Ich hab hier noch ein Herzl für dich. Dankeschön. Nicer Trade. Bye bye. So, hello Darkroom. Na, was hast du denn so Schönes zu bieten? Bäh, okay. Oh. Und. Oh. Und, oh. Okay, das nehmen wir mit. Alles andere. Jo, irrelevant. Weil, war. Leider. Weil, brauche ich nicht. Ich hab Health Regen. Und mein Spoiler Peers. Ist ein bisschen lustiger. Oh. Oh. Sie sehen so pretty aus jetzt. Finger. Emperor. Das funktioniert hier nicht, oder? Ja, funktioniert hier nicht. Gut zu wissen. Perks. Meine Güte. Die 25. Perkspille haben wir ja auch getaked. Getaked. Schönes Denglish. Man liebt es. Und. Noch ne Perks. Aber wir bekommen jetzt gleich eine Ballspille raus. Ich seh schon. Aua. Das hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Das ist mies. Und das ist ne Kiste. Anti-Gravity. Fuck it. We ball. Mehr Fire Raid. Und vor allem, funktioniert's nicht mal. Hey, hey. Weil ich Dings hab. Äh, äh, ne? Hier. Controllable Tiers. Hier. The funny item. The funny eye. Hallo, der Damp. Na? Haben wir dich auch mal endlich gefunden. Hat ein bisschen gedauert. Aber naja, komm vor, ne? Kleiner Schleip. What the fuck machst du denn? Mit deinem Movement. Bleib mal ein bisschen auf Abstand, Brody. Ich weiß, Corona ist vorbei und so. Und. Und. Die spannenden languages. Die spannenden Menschen. Da gibt es keine Spiel Trip. Die spannenden Menschen. Aber dann abonnieren sie die Zeit. Lobe siehst. Alles raus. So. contradues.